Für uns ist relativ klar, dass es uns eigentlich völlig egal ist, welcher Gegner jetzt kommt. Weil für uns die Aufgabenstellung, egal ob jetzt Freiburg oder jemand anders kommt, sich nicht ändern würde. Es zählen nur drei Punkte und deswegen ist mir eigentlich auch völlig egal, in welcher Situation jetzt Freiburg ist. Wir schauen nur auf uns und haben nur die drei Punkte im Kopf und auf die bereiten wir uns auch vor. Unangenehm. Ich denke, die sind in einer ähnlichen Situation wie wir. Hätten auch schon bestimmt ein paar Punkte mehr haben müssen. Von daher ist es für beide ein wichtiges Spiel und es wird, glaube ich, ein richtiger Fight bis zum Schluss. Ich hoffe, dass wir dann auch mit unseren Fans im Rücken, die uns dann hoffentlich bis zum nach vorne peitschen, das Ding wuppen.